und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge von minecraft 241 mit akarin in der letzten runde haben wir uns mit matte umgeschlagen und ein baum gepflanzt ja weil ich habe auch den 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 ganzen knochen zeugs nicht mehr okay das sind beide inventare gelehrt worden sie way stupider send an animal you could also just have jumped instead of drawing a tree anyway let's make this game some harder for adding water was heißt puk puk e hier oben ist ein schild ja das hatte ich eben schon ok ok puk heißt kotzen ich gehe mal hoch ich auch kannst du was machen ne was ach doch ja okay ich brauche gar nicht hoch nicht ja du musst schon höher schwimmen das hat mir jetzt viel gebracht ja du musst für ein prinzip eigentlich bis zur decke schwimmen fragt nicht ich guck schon weg du sagst wenn ich auf die nächste gehen soll ich sag bescheid stehe drauf und da soll ich bis zum ende durchziehen erwartet da ist auch eine druckplatte ok ja warte aber ich habe einen knopf gefunden wo gehen wir runter über diesen knopf das ist der cake oh mein gott brauche aber den cake ich habe nur noch drei herzen drei nicht drei herzen drei dinger ja ja kein stress das ist gott ok hier scheint der ausgang zu sein hier ist eine holztüre auch mal aufgang ok hier ist aber zu ohne ja aber warte mal muss ich die muss ich die platte drücken damit du noch was machen kannst dass wir mal gucken was ist denn wenn ich die jetzt drücken ah dann kommt nichts ok ok ja wir müssen die einmal aktiviert haben ok wir müssen die ok verstehe ich sehe schon wo das ganze hinführt der alte mama schwimmen ja du hast die kamera die zuschauer wollen was sehen und ja was sehen aber doch nicht schwimmen ja ich stehe hier doof auf einer platte rum denkst du das ist interessanter ok das können die zuschauer abstimmen ich habe es geschafft nächste bitte nächste bitte das ist wenn man meint man hat den dreh raus weißt du ja nächste ok bin drüben du hast dich da jetzt ein knopf und eine leiter ach wo du runter kannst ok mehr nicht ne ok ich geh noch eben in den cake rum ich futter mich noch mal eben voll ja wollte ich auch gerade sagen wer weiß warum wir mal wieder einfinden weil ich glaube das habe ich dir noch nicht gesagt wir können hier an hunger sterben was ja sagt er mir jetzt ja tschüss reicht ja noch naja hier respawnpunkt easy game having enough of all the maces yes let's add another mace then och nö you have to separate you have to separate das tun wir doch die ganze zeit schon ja 321 ich geh nach oben ich bin oben hier sind bist du unten ja warte 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 doch warte ich kann die knöpfe drücken ich kann dir ich kann die türen aufmachen sind das immer dieselben türen ja ich glaube weil ich höre so gefühlt mach mal nochmal das sind die tür ok ich guck mal eben ob es die das ist die tür ich bin schon draußen ernsthaft ja hallo was gab es jetzt da oben nix aber wo war der cake room cake room sehe ich von hier aus nicht ne ich habe mich damit beschäftigt ob ich hier meine knöpfe drücken kann ne aber ja ich sollte normalerweise immer mal gucken wo du hin da ist aber irgendwie hast du den richtigen weg gefunden ja ich habe da hinten was goldenes gesehen das ist jetzt wenn du hier hoch guckst und dachte okay dann will ich jetzt hin ok ok das ist natürlich pech und dann bin ich halt streit im prinzip da hingehen danke war etwas zu leicht etwas dafür dass das schwerer werden sollte war das zu leicht ähm warte warte pass auf ich zauber jetzt kann das auf ich habe es doch gehört machen wir noch mal über uns noch mal der ausgang wird hier beschlossen aber was soll das sonst bringt stell dich da rein und guck nach oben dann siehst du ausgang wird verschlossen ne meiner nicht ja ne der andere meine ich ich weiß ich weiß wo du bist ich weiß wo du bist ich habe viele sensoren gelegt damit ich dich fühle die ja jetzt ist grün jetzt ist rot warte mal warte mal ah ok ah wenn rot ist dürfen uns nicht bewegen wenn grün ist dürfen uns bewegen oder was ich vermute und dann dürfen wir wahrscheinlich auch auf die sensoren laufen oder da ist jetzt da da ist jetzt da ja hier ist der kai crew ich glaube wenn rot ist darfst du auch über die dinge wenn grün ist darfst du auch über die dinger laufen ja ich habe es gerade ausprobiert ja ich bin stehen geblieben ja ja kein stress ok das ist sowas wie der schwarze mann weißt du wer hat angst vom schwarzen mann kennst du das ja ja klar ich weiß gar nicht wie heißt das denn heutzutage das heißt da bestimmt nicht mehr wer hat angst vom schwarzen mann weiß ich nicht muss ich jetzt ehrlich zugeben gibt es doch bestimmt jetzt einen anderen namen kate in the pool oh how did you get in here nevermind it doesn't really matter at all please don't make any attempt to get through the roof there is no way out of here wenn man schon so ankommt weißt du ja 2 1 ach du musst die lava freilassen glaube ich ja aber bei mir geht dem geht drück mal das ding noch mal zurück dennoch oder muss ich halt einfach jetzt musst du runter machen okay ich verstehe du musst jetzt gucken wie das ist wir brauchen dinge ja wir brauchen ein paar blöcke okay das war's es wird immer es wird nicht schwerer so vom gefühl her ne ne irgendwie nicht wirklich oder wir werden jetzt grad so richtig warm das kann natürlich auch passieren ja are you good at playing an instrument in der wir sollen ein instrument ich weiß keine ahnung was für eins aber wir sollen ein instrument spielen probably not you are just two brainless subjects warum denn wir haben doch was steht hier hinten noch i am not going to tell you why this sign is here was ist das denn hier stell dich mal hier mit drauf auf die andere warte mal was ist das denn hier stell dich mal hier mit drauf auf die andere ok wir müssen in der reihenfolge drücken ja du hast es schon geschafft das frag nicht wie mach einfach die tür auf ich wollte grad sagen das ist der erste ton da ist er was 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 ja ich hab vorhin die knöpfe einfach durchgespampt und du hast jetzt auch noch von vorne nach hinten und dann hat es gepasst ach man wie kann man denn sowas machen wenn ihr uns jemals fragen sollte wie wir das geschafft haben wissen wir nicht ja you will never make the kind of a long jump so please do not try this it's impossible schon wieder oh my god ok den machen wir noch den einen machen wir noch komm warte hier unten das finde ich immer spannend was ist passiert was passiert denn hier oh my god das soll sein ernst permanent einfach nur die knöpfe spam ernsthaft nicht okay das geht wirklich nicht er muss bis ganz dran sein ja wegen dem ding in der decke ja ja aber das kann doch nicht das kann doch nicht deren ernst sein jedes mal also das war jetzt einfach zu einfach ja das war nicht so nicht so schlau ohne gebe ich nicht okay dann würde ich sagen bevor wir das jetzt anfangen und lesen machen mal wieder feierabend das ist wahnsinn oder ja wie schnell die zeit trotzdem herum geht und ja wir sehen uns einfach morgen wieder bis morgen tschüss tschüss so einfach oh ja wir verfolgen haben wir jetzt schon ein zwei drei vier fünf ja okay dann machen wir doch ein paar die folgen sind halt